Ich bin Rosi Bückner aus Neustadt-Glewe und habe vor neun Wochen an der Hypnoseausbildung teilgenommen. Ich bin Heilpraktikerin, habe damals nach etwas gesucht, um gerade bei den psychischen Erkrankungen sowie Depressionen, Burnout, einfach noch effektiver zu arbeiten. Mittlerweile sind die Wochen um und ich muss sagen, einfach nur super. Norbert, ich kann dir nur Danke sagen für diese Top-Ausbildung. Meinen Patienten geht es dabei gut, ich arbeite die ganzen neun Wochen jetzt so. Es ist nur toll und meine Patienten sind ganz begeistert, wie ich ihnen weiterhelfen kann. Danke. 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 Danke.